Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Es ist wieder Freitag, somit wird es Zeit auf die aktuellsten News und natürlich auch auf den Chart zu schauen. Was hat sich getan in der letzten Woche? Was gibt's Neues? Welche News, die ich schon wieder, jetzt schon wieder nicht hören kann, weil ich weiß, es wird komplett übertrieben. Schauen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer an. Bevor wir jedoch starten, lasst auf jeden Fall ein Video ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, natürlich auch gerne auch die Glocke aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video rauskommt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr XRP kaufen, traden oder sonstiges wollt, dann könnt ihr das natürlich auch bei meiner Partnerbörse BingX. Dort den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber rein in die Analyse. Ja, XRP momentan bei 60 Cent traden wir hier. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir sowieso etwas enttäuscht sind, was so den ganzen Chartverlauf in den letzten Tagen, Wochen angeht. Nachdem wir eine fette Altcoin-Season hatten, wenn wir uns mal kurz die Bitcoin-Dominance angucken. Also hier in diesem Bereich hatten wir eine fette Altcoin-Season. Auch auf Daily-Sicht sieht man das ja ganz gut hier. Bitcoin eher seitwärts und das ist die Altcoin-Season. Und was hat XRP gemacht? XRP hat nicht wirklich viel gemacht. XRP hat einen schönen Dump gemacht bis auf knapp 50 Cent pro US-Dollar. Und das war's. Und wir haben noch nicht mal ganz die Ineffizienz hier nach unten hingefüllt. Die ist immer noch offen und dieser lange Docht hier auch. Deswegen haben wir letzte Woche dann gesagt, okay, sinnvoller wäre es, okay, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Hitten diese Ineffizienz nach oben hin. Die wurde auch perfekt abgeholt, minimal noch überschritten. Kein Problem. Auf jeden Fall, diese Ineffizienz wurde jetzt gefüllt. Das heißt, wir haben kein höheres Hochgebild. Das heißt, die Abwärtsbewegung ist auch weiterhin noch intakt. Und wir haben hier eine fette Widerstandszone vor uns. Technisch gesehen müsste es für XRP jetzt erstmal weiter runtergehen. Zumindest nochmal in den Bereich der 56, 57 Cent. Und dann schauen, ob die Liquidität reinkommt und ein schöner Pump kommt. Was ich aber derzeit nicht glaube, weil hierfür einfach komplett die Liquidität fehlt. Komplett die Bullischen News fehlt. Ich rechne eher damit, aber nur mal hier als Beispiel. Es wäre perfekt mit einem Golden Pocket bzw. 0786er. Glaube ich aber, wie gesagt, momentan nicht. Ich rechne eher damit, dass wir uns früher oder später noch die 49 US-Dollar Cent hier unten holen. Dieser Wig ist einfach zu lang, zu voluminös dafür, dass dieser nicht beachtet werden sollte. Auch auf dem 1-Stunden-Timeframe seht ihr hier ganz gut. Das ist schon ein ordentlicher Wig. Und prozentual, auch nochmal, um das hier aufzuzeigen, sprechen wir hier von 8%. 8% ist eine Menge Holz. Im Crypto-Space, auch wenn es nur ein Altcoin ist. Aber trotzdem, dieser Wig ist einfach viel, viel zu groß, dass wir ihn vernachlässigen dürften. Also, dass wir ihn nicht vernachlässigen dürften. Ansonsten, hier unten, wie gesagt, liegt die Ineffizienz. Das wäre dann auch weiterhin so unser Long-Szenario, wo ich dann sagen würde, okay, hier könnten wir auf jeden Fall in eine Long-Position nochmal reingehen. Beziehungsweise auch eine größere Long-Position reingehen für einen längerfristigen Zeitraum. Müssen wir uns dann aber überlegen, weil, wie gesagt, die letzten Wochen, was XRP hier abgeliefert hat, charttechnisch, absoluter Rotz. Wir hatten unsere Long-Position, Tech-Profit 1 erreicht. Okay, schön und gut, wurden dann durch diesen miesen Wig hier ausgestoppt. Ist okay, kann ich mit leben. Aber ansonsten, Price-Action-mäßig, irgendwie charttechnisch ist das momentan hier nichts Halbes und nichts Ganzes, was hier momentan rauskommt. Also wir haben viel zu wenig Bewegung drin. Wir haben einen sehr, sehr langweiligen Chart. Es tut sich nicht wirklich viel. XRP werden auf die Börsen geschmissen. XRP kauft irgendwie wieder, also Ripple dahinter kauft wieder zurück. Und wie ihr alle wisst, hatten wir jetzt den Bitcoin-ETF. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören, aber ich weiß, dass ich dieses Wort dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht mehr aus den Ohren bekommen werde. Und warum das alles? Kommt als nächstes ein Ripple-ETF. Natürlich, wir werden jetzt für jeden Drecks-Shitcoin da draußen werden. Werden wir jetzt erstmal einen ETF machen. Wenn ich das schon wieder höre und wenn ich das auf YouTube schon wieder lese, kriege ich schon wieder das Kotzen. Ich glaube es nicht, ey. Kaum haben wir überhaupt mal einen Bitcoin-ETF, was jahrelang gedauert hat, wird jetzt schon über einen Ripple-Spot-ETF berichtet. Ein Ripple-Spot-ETF könnte schon bald auf dem Weg sein. Das behauptet die Journalistin. Blablabla, schieß mich tot, kenne ich nicht. Weißt du, jetzt werden hier wieder Gerüchte rumgeschmissen, dass die Leute wieder FOMO kriegen, in XRP reinzurennen. Haben diese Leute nichts daraus gelernt, was hier oben passiert ist. Nein, ich versuche jetzt wieder hier mit irgendeinem ETF-Thema, die Leute wieder irgendwie reinzukriegen. Ripple hat immer noch ein laufendes Gerichtsverfahren. Ripple ist zwar grundsätzlich kein Wertpapier, die SEC ist aber in Beruf umgegangen. Das Hauptverfahren geht bis April 2024. Das ist safe. Vorher brauchen wir überhaupt nicht über irgendein ETF reden. Und das Wort ETF wurde bisher von niemandem, von keiner großen Institution jemals in den Mund genommen. Von niemandem. Wirklich niemandem. Das Einzige, was im Raum stand, war dieser Ethereum-Spot-ETF. Dieser wurde, glaube ich, auch schlussvoll viel ich weiß eingereicht. Aber von XRP war nie die Rede. Aber haben wir wieder ein neues Thema für XRP, können wir wieder Leute in FOMO reinkriegen, dann bringe ich jetzt ein Ripple-Spot-ETF, zumindest als News, die ich dann auf YouTube, ihr könnt gerne googeln, wieder überall rausbringen kann, damit wir wieder irgendeine Bewegung in diesen Chart reinkriegen. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnte das Ripple aber eine große Bedeutung haben. Spot-ETF erlauben das großen Zustrom von institutionellem Geld. Ach nee. Echt. Das können wir aber jetzt mit jedem scheiß Shitcoin machen. Alle, die von der SEC, zumindest nicht als Papier, eingestuft sind. Da hatten wir einige auf der Liste. Da können wir jetzt zu jedem scheiß Dreckscoin einen ETF machen. Vielleicht wird es früher oder später kommen, aber ich glaube da jetzt einfach noch nicht. Und ich glaube das auch nicht, dass das das erste Mal passieren wird, weil Ripple immer noch an die Börse will. An die Nasdaq. An die richtige Börse als Unternehmen und nicht mit einem Ripple-Spot-ETF. Nur mal so für alle, die jetzt hier wieder FOMO kriegen, Leute, der Chart ist absolut nichts aussagen momentan. Das ist ein absoluter Rotz. Da passiert nicht viel. Die einzige Möglichkeit wäre hier oben, wie gesagt, der Short gewesen. Wir behalten jetzt mal hier diesen Bereich um 57, 56 Cent im Blick für einen kleinen potenziellen Long. Ansonsten ist meine Primärerwartung weiterhin hier unten, dieser Bereich zwischen 49 und 47 US-Dollar Cent. Das sind die Preisbereiche, auf die es ankommt. Und da wird auch kein möglicher ETF, der sowieso erst einmal nicht kommt, irgendetwas daran ändern. Also bleibt ruhig. Hört auf, dieses blöde FOMO-Gelaber hier in die Welt zu setzen. Und gut ist die ganze Sache. So, das waren nun meine Worte zum Freitag. Damit, wie gesagt, weiterhin im Korrekturmodus angesagt. Es gibt sonst an sich keine News, die sonst irgendwas sagen. Kurzfristig, ich bin weiterhin eher hier Downside erstmal eingestellt, auch wenn Bitcoin jetzt noch ein bisschen pumpt. Aber die Altcoin-Season momentan hat Ripple überhaupt nicht interessiert. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Auch gerne was zu diesen komischen drei Wörtern, drei Buchstaben, die ich jetzt nicht mehr in den Mund nehmen möchte, weil es mir langsam nervt. Sorry dafür. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und XRP, wir gehen irgendwann auf 10.000 Dollar. Safe. Irgendwann werde ich mir diesen Spaß erlauben und es als Überschrift nennen, damit ich auch mal ganz viele Klicks kriege.